Wie handelt es sich um eine tiefschöpfende Untersuchung über Sint oder unsere Pickelhaube? Hier geht es lediglich um die Frage, was 100 willkürlich ausgesuchte Menschen auf die Frage antworten würden, um welche Soldaten handelte es sich hier auf dem Bild? 95 würden wohl spontan antworten, Deutsche, Erster Weltkrieg. Und selbst wenn das Bild in Farbe präsentiert werden würde, blieben sicherlich viele bei ihrer Meinung. Aber bei diesen strammen Soldaten auf dem Haupt die Pickelhaube handelt es sich nicht um Soldaten des Potsdamer 1. Gardagrebens zu Fuß, sondern um die Ehrengarde der Offizierschule von Bolivien. Und auch die folgenden Bilder zeigen Angehörige der bolivianischen Armee mit dem Symbol des deutschen Militärs aus der Mitte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Hier zum Beispiel die Ehrenformation des Staatspräsidenten. Aber woher stammt ursprünglich dieser imposante Kopfschutz für den Soldaten, den in einer Zeitspanne von 75 Jahren jeder deutsche Soldat tragen musste, wie hier diese Gruppe Gardefüsiliere in Berlin? Die Antwort überrascht, aus Wuppertal-Elberfeld. Genauer gesagt stand seine Wiege in der Elberfelder Straße Neuenteich. Wo sich jetzt moderne Gebäude erstrecken, befand sich einst das Gelände der Elberfelder Metallwarenfabrikation. Ihr Eigentümer, Wilhelm Jäger, hatte 1840 die Idee für seinen metallenen Helm mit Spitze gehabt und im März 1841 dem Berliner Kriegsministerium vorgestellt. So ähnlich wie der, den später Otto von Bismarck als Kürassier trug. Allerdings erwies sich dieser Helm trotz aller sonstigen Vorteile für die Infanterie- und Artillerietruppen immerhin die Masse der Armee als zu schwer. Das wiederum rief Christian Harkort auf den Plan, den Miteigentümer einer Fabrik in Haspel bei Hagen. Sein entworfener Lederhelm M42, die Zahl steht für das Jahr 1842, war bald die Standardkopfbedeckung für die preußischen Truppen. Im Laufe der Jahrzehnte gab es immer wieder Veränderungen an dem Helm, der im Laufe der Zeit vom Volksmund den Namen Pickelhaube erhielt, ohne dass sich aber dessen charakteristische Form geändert hätte. Mit der Pickelhaube zog die deutsche Armee auch in den Ersten Weltkrieg. In den schweren Schlachten mit den modernen Maschinenwaffen trugen sie alle nur ihren Friedenszellen. Jetzt zur besseren Tarnung mit einem Stoffbezug. Das galt auch für Kaiser Wilhelm II. bei einem Truppenbesuch an der Westfront. Aber nachdem die häufig tödlichen Kopfverwundungen sich häuften, besonders durch Splitter, wobei die für Grabensoldaten beschafften Stirnpanzer nicht die erhoffte Wirkung zeigten, kam es ab 1916 zur Einführung des Stahlhelms M1916 nach der Vorgabe des Marine-Generalarztes Dr. Bier. Diese zeitlos gelungene Helmform hat nach Jahrzehnten auch zu vielen aktuellen Helmen innerhalb der NATO geführt, einschließlich zum Gefechtshelm M92 der Bundeswehr. Was das Schicksal der Pickelhauben nach dem Ersten Weltkrieg betraf, blieben sie bei der Feuerwehr, wie hier eine aus Württemberg, oder diese der Polizei Hannover noch bis zum Teil in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts in Benutzung. Aber die Pickelhaube war auch kurz bereits nach ihrer Einführung für Jahrzehnte das Symbol des vermeintlichen deutschen Militarismus oder er wurde zur Verhohle-Pieplung verwendet. Und wenn es darum ging, preußische oder deutsche Machtpolitik zu zeigen, hatte der Protagonist immer eine Pickelhaube auf dem Kopf, via eine Karikatur von 1849, dem Jahr nach der März-Revolution in Deutschland, nach der viele, die sogenannten 40-Aiders, also die 48er, aus Deutschland in die USA emigrierten. Ihren Höhepunkt bei der Verwendung der Pickelhaube als negatives Symbol hatte die gegnerische Propaganda während des Ersten Weltkrieges. Ob Serbien oder Russland, Belgien oder Frankreich, Großbritannien oder die USA. Nichts wurde ausgelassen und übertrug der Hunde eine Pickelhaube. Warum aber führt gerade die bildliche Verwendung der Pickelhaube bei vielen zur fast automatischen Identifizierung des bösen Deutschen? An dieser Art Kopfverdeckung kann es ja kaum liegen. Denn Pickelhauben gab und gibt es in allen Variationen. Nach meinen Recherchen in weiteren 22 Ländern dieser Erde. Darunter sind auch einige, denen man es aufgrund ihres starken Propaganda-Organgements nicht zugetraut hätte. Zunächst Argentinien, nun Bolivien, zunächst heute und damals 1950. Botswana, der Binnenstaat im südlichen Afrika. Die Polizei von Brasilien. Als besonderes Beispiel Chile, das in Südamerika liegende preußischste Land nach Preußen. Die Kadetten von der Militärakademie El Salvador. Ecuador, das wiederum seine Pickelhaube dem starken Einfluss des chilenischen Militärs Anfang des 20. Jahrhunderts verdankt. Großbritannien, das sie besonders mit der Pickelhauben-Karikatur hervorgetan hatte, sie selbst aber nicht missen will. Hier das Garderegiment The Blues and Royals, sowie das Leibgarderegiment, die beiden Verbände der Household Division. Honduras Kolumbien Nun Mexiko, zunächst der Hauptmann, gefolgt vom General. Armeeinstrukteure im Jahr 1901 aus Nicaragua. Jetzt Paraguay Peru, der Pionier und ein Artillerieleutnant im Dienstanzug. Die Republikanische Nationalgarde Portugals. Russland, das zaristische Infanterieregiment Nr. 61 und das Leibgarde-Kurassier-Regiment. Die seit 1521 bestehende schwedische Leibgarde. Männlich wie weiblich. Spanien. Die königliche Garde Thailands. Gefolgt von Uruguay. Und die Überraschung des Tages. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch hier wurde die Pickelhaube ab 1872 bis ins frühe 20. Jahrhundert als Teil der Paradeuniform eingeführt. Zum Beispiel bei der frühen Marineinfanterie. Venezuela. Die Kadetten von Venezuela. Früher und heute. Das war es auch schon. Der Blick auf Deutschlands Exportschlager. Von Wilhelm Jägers, Helm mit Spitze von 1840 und Christian Harcourts zwei Jahre später entworfenen Lenehelm M42 zu all den Nachfolgern weltweit. Daher muss abschließend die drängende Frage beantwortet werden. Wann endlich für die Bundeswehr wieder die Pickelhaube zum großen Dienstanzug ein? Der 1. April wäre ein gutes Datum dafür. Frau Kanzlerin, bitte übernehmen Sie. Ihr Integrer? 4000 4. ζяжig 0 9 0 9 0 0 0 0